Los, die Palace! Voll komplex. Eigentlich gehe ich immer auf so ne mega geile Position. Direkter Schoss. Bracer ist schon durch. Ja. Ja. Kann ich mal ranterschrecken. Ich hab den Spot getauscht. Na der Kebab gelaufen. Okay, jetzt hat alles nicht so funktioniert wie ich mir das vorgestellt hab. Der ganze Spot ist voll. Ja, wir haben halt niemanden umgemacht. Kommt sie jetzt erst. Ich sterbe, okay. Na die Russin ist jetzt tot. Oh, da kommt sie. Junker. Ja, ich werde halt von dem Affen totgeschlagen. Ich kann der Gegner da nicht tun. Auf ein Wiedersehen in Valhalla. Komm mit Ultimate. Da brauchen wir halt bald nicht mehr. Und dann kommt sie weg. Boah, fuck das Sorge von oben. Wo ist es. Ich habe Ulti-Ready, die kommen jetzt. Ich habe Ulti-Ready, wenn wir vielleicht noch mal kommen. Kann noch jemand was bereit halten? Ja, ich noch nicht. Oh fuck. Das hat mich von so weit hinten rangezogen. Das war echt krass. Aufpassen, ich bin tot. Ja, wir haben die Zeug verloren, oder? Nein. Oh, ich bin komplett vom Arsch. Oh man. Oh. Oh. Können wir noch raten? Ja, das ist ja gelaufen. Wir haben ja schon den Hut Zeit von der Uhr genommen. Beim letzten Mal. Ja, aber diesmal noch viel mehr. Also wir hatten ja wirklich nichts mehr. Wir haben ja nochmal gehört. Kebab ist weg. Buh, holt hier jetzt. Der geht ja rechts durch. Hier, hinter dir. Können wir nochmal einen Ulti-Revy. Jetzt sind Reiß im Haus und zwei. Das war lächerlich, wie ich da vorne an dem Ding stand. Der offensive Hanser. Richtig geil, ich hab so einen Schaden gemacht. Hast aber lang überlebt dafür. Ja, mega lang. Ich bin gedanzt wie ein König. Zwischendurch immer den Fuß. Ja, irgendwie hat mich auch hart geheilt. Also ihr beide wahrscheinlich. Aber noch ist die Mission nicht vorbei. Ja, wir müssen halt versuchen, das Ding da zu stoppen. Einer Fahrer tot. Wenn der Fahrer tot ist, ne? Eine Fahrer tot sagen wir. Das ist meine Ulti, die ist nicht rausgegangen. So schön, das ist raus. Kalle ans Kart. Ja, ich bin am Kart. Also wenn einer hier am Kart chillt, bin ich dann. Goldmedaille, die Kitzel. Goldschiffen, was machen wir nicht? Aua. Links oben, links oben, alles selber. Ich hab auch wieder Lusche, Ult. Ich hab den Leber bis da oben bei den anderen Wacken. Ja, wenn der sich so versteht, komm dann halt nicht hoch. Also auch nicht. Kommt das gleich. Ulti, wieder Wally. Kommt das auch. Oh, die haben auch Ulti ja. Richtig gut, Ulti, Superkalle. Oh ja, fegt mich noch, Kieber. Ja, auch so. Oh nein Der äußer Boy Der biebt sich fertig Ist jemand da von euch? Nö Geht gleich down Oh Gott sind alle wieder da Oh Gott Oh Gott Affen erschossen Come down Hinter mir Schaffst du das? Ja Jawohl Da ist es Schaffst Wir müssen jetzt nur bis zum zweiten Checkpoint schaffen Schaffst 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 Hinter mir, hinter mir Ulti, komm! Das ist schon vorbei Nächster Punkt, der hat 102 Meter Punkt Oh yeah! Ne, ne, Checkpoint ist an dem Garagentor Oh, Xipsen, Alter Ich wusste was, ich weiß was kommt Ulti, glaub ich, was meinst du? Waaay! Ich hatte aber auch ein, zwei Krass, und die ist dabei, ich hätte es auch passiert Boah, Alter Krass, oder? Ja, das fand ich auch Die haben wir genommen Die haben wir genommen So, meine Freunde Wir sind jetzt am Ende des Videos Und somit auf meiner Infocard angelangt Ich wollte mich bedanken, dass ihr eingeschaltet habt Und nochmal daran erinnern, das Video zu bewerten Wenn ihr was zu sagen habt Dann schreibt es doch einfach in die Kommentare Versuchen, alle zu lesen Und zu beantworten Des Weiteren verlinke ich euch noch ein anderes Video Das euch ebenfalls gut unterhalten wird In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal Ciao!